Oh, hau, 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 und jetzt perfekt, oh Gott, Leute, ohne Spaß, das ist ja wirklich echt heftig. Wie soll ich denn bitte schon diese Challenge überleben, wenn auch noch Clips hier schon rückwärts abgespielt werden? Was geht ab, Leute? Heute ist soweit, wir machen mal wieder eine Nicht-Wow-Sagen-Challenge. Heute haben wir wieder drei Leben am Start, wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann haut auf jeden Fall jetzt noch auf den Like-Button. Lass uns heute mal die, ich würde mal sagen, die 6666 Likes schaffen. Dann kommt auf jeden Fall noch eine neue Folge, haut noch auf den Abo-Button unten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ey, da sieht ja mal nach einer richtig, richtig heftigen Flüssigkeit aus, Leute. Ist das irgendwie so Gold oder? Kein, sieht aus wie flüssiges Gold, ne? Aber im Endeffekt ist es ja nicht Gold, weil das wäre ja sonst viel zu teuer. Aber guck mal hier, wenn man das so vermischt, dann wird es einfach rot und... Jo, was ist das denn jetzt hier? Als würde die da einfach irgendwie so ein Mantarochen reintun. Okay. Hä, ach so, das ist sogar Fell unten. Ah, okay. Läuft auf jeden Fall. Oh, hier auch. Was ist das für eine kranke Tasse, Alter? Okay. Jo, einfach Rauch. Der runterfällt, Leute. Hier und jetzt ab mir da quasi so ein kleines Rauchbecken oder so. Äh, ist das Honig? Ne, oder? Als ob das Honig ist. Ne, das ist nicht Honig, Leute. Aber halt irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Aber der lässt jetzt hier nicht wirklich alle Bälle rollen, oder? Doch, Leute. Jede Reihe macht er einfach. Ha! Ey, ohne Spaß. Das ist ja wirklich zu nice. So werden also die ganzen Hufen poliert von Pferden und sowas. Und allgemein von Tieren, Leute, die halt Hufen haben. Ey, da habe ich ja noch nie sowas gesehen mit so einer Maschine, ne? Das ist quasi... Ja? Das ist ja richtig heftig unterwegs. Und hier wird das ganze Auto sauber gemacht, ne? Okay, und jetzt zack. Perfekt, Leute. Auch so eine richtig clevere Maschine, die noch so extra nochmal umgeht, ne? Was ist das jetzt hier? Irgend so ein Schaum. Oh! Sandnudeln! Leute, wir haben einfach Sandnudeln am Start. Hä? Wie kann er denn bitte schön da jedes Mal reinschneiden? Lol. Einfach so ein... Ist das eine Bettdecke? Ja, ne? Ich glaube schon, Freunde. Ich glaube, es ist eine Bettdecke. Und jetzt kann er es quasi einfach da rummachen. Und jetzt wird es quasi mit so Vakuum dann eingesogen. Ey, zu nice. Und hier wächst irgendwas aus dem Sand raus. Was ist das? Hä? Hä? Warum ist die Frucht einfach da aus dem Sand rausgekommen? Yo. Hier, wie das perfekter zusammengestickt wird, ne? Oh. Okay. Nicht schlecht, Freunde. Nicht schlecht. Hier nochmal ein paar Kugeln reinmachen. Ist einfach so ein Kugellager in XXL, ne? Oh. Und wie jetzt die da drin... Oh, ich... Ne, ich habe nicht das Wort gesagt gerade. Ich habe nicht das Wort gesagt. Das war ja nicht... Äh, W-O-W. Sondern W-O-A, glaube ich. Habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Oder? Ja. Okay, ich weiß es gerade nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Deswegen, ich ziehe mir jetzt einfach mal ein Leben ab, Leute. Hier, zwei Leben habe ich jetzt noch am Start. Nachher... Ich will ja nicht, dass ihr wieder in den Kommentaren da nachher... Sagt, ja, ich habe das doch gesagt. Also, dann ziehe ich mir lieber mal ehrenhaft... Ja, ne, Dings ab. Ne, Dings, äh, ne, Leben ab. Hier, beschriften hier einfach perfekt diese Buchstaben drauf, ne? Pfff... Oh, ein Metallschneider. Lol. Aber wie misst er das dann ab? Ach, ich glaube, der hat dann... Perfekte Abstände oder so, ne? Hier. Ach, so werden... Ah, so werden Kleiderbügel also gemacht aus Holz. Ja, das ist ja richtig schnelle Arbeit, Leute. Die werden ja richtig schnell abgeschliffen und so. Ja, ich hätte ja Angst, dass ich mir irgendwie die Finger abschleife, Leute. Und das ist die perfekte... Ballmaschine. Ha. Ey, das sieht ja wirklich zu nice aus. Das war ohne Spaß. Hier, bub, 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 alter. Das ist ja mal zu heftig gerade. Oh. So, hier. Alles, alles anmalen und so, ne? Hm. Was ist denn das jetzt hier? Ist das von der Fußmatte, Leute? Oh, ich will's sagen, aber ich darf nicht. Ey, wie krass ist das? Man könnte denken, das ist eins. Aber ist es im Endeffekt nicht. Und hier auch die ganzen Kugeln, ne? Alter. Oh, wie das Holz hier runterläuft, ne? Uff. Beziehungsweise die Flüssigkeit durchs Holz. Oder Harz. Keine Ahnung. So, hier werden die perfekten Scheiben geschnitten, Leute. Sind das im Endeffekt nachher Kekse oder was? Ich glaube, es können nachher Kekse sein. So, hier macht er jetzt... Warte mal, will er jetzt die Treppe sauber machen? Oh, wie dreckig ist die bitte schön, Leute. Ach, ja, moin. Da war ja mal so ein Muster da drunter. Auch nicht schlecht. Und hier mal eben den ganzen Busch abrasieren. Läuft auf jeden Fall. Der wird hier richtig weggemacht. So, und hier... Zack. Gleich große Schnitte machen. Anscheinend. Also fast auf jeden Fall. So Pima Daumen und... So ne Ballerina aus Stein. Ähm... Okay... Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Aber hier ist es einfach mal gefühlt... Die größte Bambuspflanze, die ich jemals gesehen habe, Alter. Warum ist denn der so groß und so breit? Das habe ich ja noch nie so gesehen, Alter. So, was haben wir jetzt hier noch am Start? So ein paar... Sieht aus, als wären das... So Süßigkeiten oder sowas, Leute. Keine Ahnung. Oh, hier so ein Zimmer. Ah! Ach, das ist denn jetzt die Form für so Zementdinger. Das heißt, die machen daraus ganz, ganz viele Fässer und haben einfach nur eine Vorlage. Clever auf jeden Fall. Nicht schlecht. Clever. Hier auch wieder die ganzen Stäbchen. Oh, ich würde da niemals so nah mit meinen Fingern rangehen, ne? Oh, Leute. Ohne Spaß, ne? Und dann die ganzen... Ähm... Wappen. Oh, wie nennt man das, ne? Ich glaube so Aufstieg-Wappen. Für anscheinend die Polizei von China oder so. Oder irgendeine Sicherheitsfirma. Oh, lol. Irgendwie das jetzt hier festgemacht wird, ne? Und zack. Als ob das jetzt auch so Wetterbedingungen und so standhält, wenn man das da einfach so ranklebt. Aber ja, gut. Und das sind jetzt, glaube ich... Ich glaube, das sind Verpackungen und so, ne? Von so... Nudelverpackungen. Und so Dönerbox-mäßig. Hier auch die ganzen Löcher, ne? Oh, Leute. Oh, jetzt... Ich muss das jetzt gerade einfach sagen, ne? Das ist ja mal gerade zu heftig, was er da transportiert. Das ist jetzt so die perfekte Körnerrampe. Also. Kannst mir ein Leben abziehen. Eins hab ich noch, Freunde. Ein Leben hab ich noch. Und das muss ich jetzt wirklich gut nutzen, ne? Dass ich das nicht ver... Au. Hier sind das doch... Sind das so Chili-Choten, ja, ne? Ja. So grüne Peperoni. Peperoni. Okay. Aber hier wird das jetzt so festgeklopft, oder was? Lol. Ein Stahl... 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 Äh, Stahlseil einfach. So, hier ordentlich was rein. Alles klärchen. Okay. Hm. Und jetzt noch drauf machen. Und... Zack, 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 zack. Alles klar. Und... Zack, 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 zack. Ha. Viel cool einfach. So, was haben wir jetzt hier noch am Schlüssel? Das sieht aus wie... Einfach so... Irgendwas in der Elektronik, ne? Hat er, glaub ich, gemacht. Oh, hier. Auch diese Presse mit dieser Hand noch dazwischen. Würde ich ja niemals machen, Leute. Viel zu gefähr... Stell dir vor, die Presse geht auf einmal ganz nach unten. Unser Quetscher eine ganze Hand. Das kann ja immer passieren. Sind halt Maschinen, ne? Kann ja immer passieren. Ach, und hier sind so... Diese Plastik, ähm... Einlagen irgendwie. Für so Einkauf und sowas. So, es sieht... Ah, ich dachte gerade ganz kurz, dass es eine Felge ist, ne? Aber ist es anscheinend doch nicht. So, hier. Zack, alles Mögliche zumachen. Damit... Ein komplett neuer Boden jetzt einfach, Leute. Komplett neuer Boden. Und... Hä? Und was wird denn jetzt hier bitte schon gerade das hier gefüllt? Uh, okay. So eine Teigtasche oder so, ne? Ha. Und... Zack, zusammen gemacht. Und was haben wir jetzt hier noch? Boah, ist ein richtig schönes Fell. Echt ein schönes Fell, muss ich sagen. Aber ist hier das perfekt abgeschnitten. Um dann im Endeffekt... Irgendwas da zu haben, glaube ich. So, ja, auch hier so riesen Schafswolle, Alter. Okay. So, und... Oh, bad. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Hier auch nochmal zack. Ach, dann kann es damit perfekt so Rohre und so greifen. Ha. Und nein. Oh Gott. Sie lässt einfach den ganzen Orbeez-Ballon frei. Holy Moly, man, wie das aussieht. Leute, es sieht ja wirklich zu heftig aus, wie sie den ganzen Orbeez-Ballon frei lässt. Jetzt sind alle Orbeez-Ballons draußen. Alle Orbeez-Ballons draußen, Leute. Und damit würde ich auf jeden Fall sagen, damit sind wir auch draußen, wenn wir die Challenge überlebt. Hau auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den A-O-Button, wenn wir davon noch mehr sehen wollen, von solchen Challenges und auf jeden Fall noch einzeln. Einfach draufklicken. Und aboniert diesen Kanal. Für die Reaktion und mehr. Ciao, ciao.